Ich habe einmal nachgedacht, und das die ganze Nacht. Denn davor hat es gekracht, deswegen bin ich aufgewacht. Jetzt gebe ich zu sehr acht, als wäre ich in einer Schlacht. Die Dunkelheit hatte die Übermacht, es war wie in einem dunklen Schacht. Ich hätte zu gerne Licht gemacht, doch hatte ich zu sehr den Verdacht. Ich ginge nicht genügend sacht und verletze mich, dass es kracht. So blieb ich mit dem Bett in Eintracht. Dann hatte der Morgen herein gelacht, es war ja schon sechs Uhr acht. Ich sah alles in ihrer schönsten Pracht, so blieb ich weiterhin aufgewacht und habe über das hier nachgedacht.